Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 3. So, wir haben hier... Ich würde aber fast sagen, das machen wir später, weil wir haben gerade gesehen, wie knapp das war, als wir da nochmal zurück mussten. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die zweite... Um das zweite Sternensystem hier, bevor wir das andere machen. Ja, fängt ja gut an hier. Oh, aber... Ich habe etwas gefunden. Ihr seht, da ist keine Leiste hier. Ich glaube, wir sind im richtigen System. Mahavid. Wir haben Garnot geortet. Uh. Mahavid ist ein metallischer Asteroid im äußerst kargen Nahatagürtel. Er weist einen hohen Gehalt an Nickel und Eisen in Form von Kamazid auf. Die Abbaurechte an Mahavid liegen bei TGES Mineral Works, die ihre Produkte hauptsächlich an die Kolonisten auf Awuna verkaufen. Ein tiefer Überflug zeigt Licht, das aus Anlagen kommt. Mhm. Warte. Aber etwas ist noch hier, weil wir sind erst bei 50%. Und wie man sieht, hier ist eine wichtige Quest, deswegen kommen hier tatsächlich keine Reaper. Das ist mir nämlich in früheren Folgen auch schon aufgefallen, dass da, wo wichtige Quests sind, dass hier keine Reaper kommen. Egal, wie viel man scannt. So, wir haben ein bisschen Treibstoff gefunden und damit sollten wir auf 100% sein und jetzt können wir die Quest machen. Die wo nochmal war? War das hier? Shazoo? Nee. Nee, das war nicht Shazoo. Alter. Ich hätte aufpassen sollen, wo das war. Awuna, Dranen. War das hier? Mahavid, hier ist das. Da haben wir es. So, dann landen wir hier mal und gucken mal nach dem guten Mann. So, wen nehmen wir denn mit? Ich würde gerne mal Javik und Edi mitnehmen. Waffenmutz. Waffenmutz. Was haben wir denn hier Schönes? Magazin, Durchschlag, Nahkampfbetäuber, Schädeltraum, erhöht Kopfschussrate. Und was haben wir hier? Magazin, Upgrade, Durchschlag, Nahkampf, Schädel. Äh, durchdringen Objekten allerdings mit verringertem Schaden. Machen wir das Magazin. Äh. Durchschlag, Magazin, Upgrade, Stabilisierung. So. Danke. Hä? Achso, ich dachte gerade. Warum passen diese Punkte hier gerade so gut? Hahahaha. 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 Äh, Durchschlag. Nochmal Schädeltrauma. Nennen wir auch das hier. Ach, die hat nur diese eine, okay. Hast du denn was neu? Ach, Schrotflinten. Eine neue Schrotflinte. Ne, danke. Ich bleib bei dem, was ich hab. Ah ja, genau. Das wollte ich aber nochmal wechseln. Weil das war ein anderes, als ich vorher hatte. Ich glaub, das war die da. So, die sind auch gemoddet. Ich guck hier nochmal. Magazin. Also das Nahkampfbetäuber. Da hätt ich auch ganz gerne eher das Schädeldingens. So, gucken wir nochmal hier, ob es was Neues gibt. Magazin 2. Ne, das passt. Okay. Gut. Fertig. Würde ich sagen. So, drei Pünktchen. Ne, ich möchte gerne sparen. Du hast aber noch eine ganze Menge. Äh, plagt einen Gegner mit einem anhaltenden, biotischen Feld, das Schaden verursacht. Effekt springt auf ein Ziel über, falls das erste stirbt. Klingt schon mal gut. Ja, ist ja gut. So, erhöht Schaden und Kraftdauer. Schaden. Verringert Bewegungsgeschwindigkeit, erhöht Aufladetempo. Und Schaden um 50 oder erhöht Schaden gegen Panzerung und Barrieren. Panzerung und Barrieren ist eigentlich auch immer gut, wegen diesen Gigamax und so, weißt du. Finde ich persönlich zumindest. Antikravitationsziehen. Holen sie hilflose Gegner vor die Füße. Oh, okay. Schmettern verursacht Schaden mit einem biotischen Schmetterangriff. Verbessert biotische und offensive Fähigkeiten. Das sollte man, glaube ich, auch relativ früh ausbauen. Kraftschaden, Gesundheit und Schild. Waffenschaden, Kraftschaden. Schadendauer von Kräften der Gruppenmitglieder. Erhöht Aufladetempo der Gruppenmitgliedschild. So, fertig. Dankeschön. So, ich bin gespannt. Wir sind etwa 5 Minuten entfernt, Commander. Was genau ist auf diesem Asteroin? Minenanlage. TGS Mineral Works. Eher klein. Könnte ein gutes Versteck für Leviathan sein. Wir haben alle Edis Notizen über Brysons Labor gelesen. Fragen? Wissen wir sonst noch irgendwas über diesen Leviathan? Nicht wirklich. Nur, dass einen Reaper getötet hat. Aber wir suchen jetzt Gano, Dr. Brysons Partner. Genau. Wenn wir Gano finden, haben wir auch Leviathan. Vielleicht. So ist es. Der Doktor hatte recht. Was mächtig genug ist, um einen Reaper zu töten, muss untersucht werden. Aber mit Vorsicht. Hoffentlich hat Gano die Antworten, die wir brauchen. Ich bekomme Reaper-Signaturen aus dem Asteroidenfeld rein. Okay. Wissen hat gesagt, dass sie seine Teams beschatten. Wenn sie Leviathan auch wollen, sind Reaper ein gutes Zeichen. So was hört man auch nicht jeden Tag. Bringen sie uns rein. Aber bedenke, was mächtig genug ist, einen Reaper zu töten, ist definitiv auch mächtig genug, um noch viel mehr Ärger zu machen als einen Reaper. Also das ist halt auch immer mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Aber wie sagt man so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also von daher. So, dann bitte einmal speichern. Bleiben Sie vor Ort, Cortez. Wir klären das und kommen gleich. Informieren Sie mich über die Reaper-Lage. Jawohl, Kommande. Ich kann nicht speichern. Nein, ich kann nicht speichern. Okay. Darf ich jetzt das speichern, wo ich draußen bin? Nein. Okay. Ja, dann halt nicht. Dann lässt es bleiben. So, ich bin gespannt. Wir kämpfen das erste Mal mit Javik und Edie. Ich bin gespannt. Oh, jetzt wird gespeichert. Ja, danke, dass ihr da einfach mal direkt dagegen klatscht. Äh, äh. Ach, so einer ist das wieder. Okay, wir kämpfen jetzt offensichtlich, so wie im zweiten Teil, gegen die Kollektoren sind das jetzt diesmal richtig die Reaper. Ja, ja bitte. Ich würde sehr gerne weg sein, bevor die echten Truppen hier auftauchen. Das wäre mir sehr lieb. Äh, Medikit. Brauche ich gerade noch keins. Deswegen lasse ich die eigentlich immer ganz gerne stehen. Ich kann immer noch nicht speichern von alleine. Ich finde das schön, dass ich die Tür nicht mehr selber umgehen muss. Nie wieder dechiffrieren. Darf ich jetzt so? Ich darf die ganze Zeit nicht speichern. Willkommen bei TGES Mineral Works. Alle Gäste müssen sich am Empfang eintragen. Ist das einfach so, als wäre nie was passiert. Entweder sie haben es nicht mitgekriegt, oder die sind auch schon indoktriniert. Ich befürchte eher Letzteres. Alter, ist das gruselig. Die sind definitiv nicht mehr sie selbst. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Reaper-Truppen haben gerade ihren Vordereingang angegriffen. Sind Sie noch da? Ich habe mich darum gekümmert. Verstehe. Das wäre dann alles. No. Das wäre dann... Vorsicht. Das ist... Ich habe gerade Gänsehaut, Leute. Das ist richtig übel. TGES Mineral Works ist ein Wolfram-Lieferant kleiner bis mittlerer Größe für die Galaxie. Das habe ich nicht gemeint. Sind Sie vertraut mit den Anwendungen von Wolfram? Ich suche einen Forscher namens Dr. Garneau. Er ist in den letzten Wochen angekommen. Wenn er noch da ist, muss ich mit ihm sprechen. Wir haben keinen Dr. Garneau. Benötigen Sie einen Arzt? Ich könnte reingehen und mich umsehen. Nein. Der Eingangsfahrstuhl ist kaputt. Und jetzt sind wir fertig. Schönen Tag. Gehen Sie. Sie gehören nicht hierher. Commander, etwas stimmt hier nicht. Mhm. Auch schon gemerkt. Okay. Sehen wir uns um. Vorsichtig. Alter, ich habe Gänsehaut bis zum Arsch runter, ey. Ist das gruselig. Die Leute scheinen zwar Angst zu haben, aber es ist unklar, wovor. Wir sollten den Fahrstuhl reparieren. Reparaturterminal aktiviert. Ich lasse den Fahrstuhl von der Drohne reparieren, aber wir müssen bei ihr bleiben. Ja. Sonst habe ich Angst, dass die die irgendwie kaputt schlagen. Wow. Das war es schon. Zugang gewährt. Sicherheitslock letzte sieben Tage. Randall, Jan, Garneau, Alex, Bragg, Steven, Triffen, Fiona. Also ich glaube nicht... Im Sicherheitslock des Fahrstuhls wird ein Dr. Garneau erwähnt. Warum lügen sie bei der Sache? Ich glaube, Erdi sind indoktriniert. Hoffentlich müssen wir nicht einzuweit suchen. Und wollen verhindern, dass wir hier reingehen und den mitnehmen. Sondern wollen vielleicht erst mal auf... Ähm... Wie heißt das? Diplomatische Weise versuchen, uns wieder zum Gehen zu bewegen. Bevor dass sie uns dann den Arsch aufreißen oder so, weil wir uns weigern. Oh, gespeichert. Mineralienlabor, Transit und Medical. ist auf der Seite. Oh, da liegt was. Ein Datenpad. Nach einem Vergleich der Mageninhalte von Varan aus acht unterschiedlichen Regionen sind wir gezwungen, unser derzeitiges Verständnis ihres Fressverhaltens zu überdenken. Gut. Das ist Wissenschaftspot. Da steht es ja. Krankenstation, Transitstation, Mineralienlabor. Da steht ja alles. Was haben wir denn hier? Mineral. Da haben wir das Mineralienlabor. Krudeck. Haben Sie Dr. Garnot gesehen? Sie sollten nicht hier sein. Evolutionäre Implikationen der Biotik bei Menschen. Ein seltsames Thema. Ich sehe einen Trend bei den Arbeitern. Sie tut alles Mögliche, bloß nicht arbeiten. Okay. Naja, wenn man indoktriniert ist, geht das alles wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Die kurianische Schmerzgrenze vor der Psychose ist zu hoch. Und wenn man die Schmerzstimuli schneller verabreicht... Interessant. Das sollten wir näher und versuchen. Okay. Das ist ein Sicherheits-Terminal mit Zugriffsbeschränkung. Entschuldigung. Entschuldigung der Stufe 5 erforderlich. Okay. Zugriff verweigern. Dann müssen wir uns das wohl irgendwie besorgen, vermutlich. Und trotzdem sind wir hier. Was sagt uns das? Eine Videotour. DGS Mineralworks hat den Blick immer in die Zukunft gerichtet. Modernste Forschung treibt uns voran. Wow. Das war ein tolles Video. Sektor 4. Sie sollten nicht hier sein. Ein Datenpad. TGES Personalbewertung. Brown Jeremy. Personalkennung 23195. Sektor E. Wartungsdienst. Kürzlich eingeholtem Feedback zufolge haben sich ihre Leistungen deutlich verbessert. Ihre Arbeit an den verdorbenen Hautproben, die wir erworben haben, war beeindruckend. Sie erhalten eine Beförderung und eine Erhöhung ihrer Sicherheitsstufe. Vielen Dank für ihre harte Arbeit. Diese Bewertung ist vertraulich. Angestellte werden aufgefordert, ihre Bewertungen so aufzubewahren, dass sie von anderen nicht eingesehen werden können. Personalkennung. Ja, wenn wir die Personalkennung haben, kriegen wir auch vielleicht auch eine höhere Sicherheitsstufe. Oho, die kennen uns. Sie kennen uns. Darf ich? Danke. Ja, das Übliche. Wir müssen also irgendwie an Daten kommen. Das ist wahrscheinlich dieselbe Tour. Okay, das ist gruselig. Das ist gruselig. Die konzentrieren sich auf ein Bild von uns, weißt du? Alter, das ist gruselig. Was zum Geier. Alter Schwede. Warum? Warum? Auf was habe ich mich hier eingelassen? Oh, hier haben wir noch ein Datenpad. Aufgrund erhöhter Aktivitäten elektrischer Stürme kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Kommunikation mit den Forschungsteamen in Abschnitt Beta. Wir bitten alle, die auf Daten warten, um Geduld. Aktuelle Vorhersagen deuten darauf hin, dass sich die Stürme gegen Ende der Woche legen werden. Dann wird sich auch die Kommunikation wieder normalisieren. Oder auch nicht. Aber seltsam, dass die Leute uns alle nicht hier haben wollen und sagen, wir sollen gehen, aber wir öffnen hier sämtliche Türen und umgehen sämtliche Türen und es interessiert im Grunde einfach keine. Noch ein Datenpad. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh ja, super! Vielleicht haben die aber auch bei ihren Forschungen was verbockt. Am Ende sind die gar nicht indoktriniert, sondern haben sich selber irgendwie weggeschossen. Weil die an irgendwas rumgeforscht haben und dann irgendwie Probleme gekriegt haben damit oder so. Vielleicht sind die Reaper ja gar nicht schuld. So, darf ich denn jetzt hier durch? Zugang gespart. Aktive Patientennummer erforderlich. Sowas habe ich nicht. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt überall rein, Junge. Ist das doof. Okay. Dann müssen wir wohl... Ach so, die Sicherheitskonsole finden und dann können wir wahrscheinlich überall hin. Geben Sie Ganos Terminal-Hack ein. Mal sehen, was rauskommt. Zugriff gewährt. Ein Schiff hat ihn vor einer Woche abgesetzt. Er hatte anscheinend vollen Zugriff, bevor er untergetaucht ist. Unbekannter Mann war an Auseinandersetzung in den Minen beteiligt. Dieser Mensch Garnow war unterwegs in die Minen. Er wurde wohl auf die Krankenstation gebracht. Sie sind im Mineralien-Labor. Niedrige Sicherheitsstufe. Freier Zugang. Zur Krankenstation hat nur autorisiertes Personal mit aktiven Patientennummern Zugang. Ah! Jetzt können wir da hin. Huch! Wo kommst du denn her? Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Ah ne, ich glaube von da hinten durch. Jetzt können wir da rein. Okay, es hatte also einen Grund, dass wir eine aktive Patientennummer gebraucht haben. Schnauft doch nicht wie so ein Walross. Na? Aktive Patientennummer erforderlich. Nummer 7364. Zugang gewährt. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Na, also tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.